Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe und das umstrittenste deutsche Rüstungsprojekt. Die Hauptgründe Missmanagement, Kosten, die aus dem Ruder laufen und unzureichende Einsatzbereitschaft durch Mängel am Fluggerät. Dabei sind Mensch und Material auf Höchstleistung programmiert. Das Training in der Zentrifuge ist für angehende Kampfpiloten eine körperliche Herausforderung. Das zerrt dann schon an den Kräften. Also man merkt das nach den ersten drei, vier Malen, merkt man das doch extrem, fängt an zu schwitzen. Manuel Wodak hat den Weg ins Cockpit bereits geschafft. Der ehemalige FVF-Phantom-Pilot steht am Ende seiner Umschulung auf den Hightech-Flieger. Eurofighterfliegen ist halt doch mehr Anforderungen, jetzt hier auf den Piloten zu kommen, weil ich fliege jetzt nicht nur das Flugzeug, sondern ich muss die ganzen Systeme selber managen. Härtetest am Boden. In einer Lärmschutzhalle checken Spezialisten die beiden je 90 Kilo Newton starken Triebwerke. Bis zum Einsatz des Nachbrenners. Es wirken sehr starke Vibrationen und es ist ein sehr hoher Luftdurchsatz hier drin. Also es ist doch recht zugig hier. Bis zu 9 G, das entspricht dem neunfachen des Körpergewichts, wirken während des Fluges auf die Piloten. Absolute physische wie psychische Fitness sind Voraussetzung für den Job. Es ist heutzutage so, dass der Mensch zur limitierenden Größe geworden ist. Das Flugzeug kann viel mehr als der Pilot, der dort drin sitzt. Komm, 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 zieh nochmal und ab. Taktisches Luftwaffengeschwader 31 Bölke in Nürvenich. 6.30 Uhr am Morgen. Manuel Wodak ist einer von 30 Eurofighter-Piloten des Geschwaders. Für den 29-Jährigen beginnt der Tag mit einem Briefing-Marathon. Wir kriegen jetzt einmal einen Überblick, wie das Wetter heute in Deutschland ist. Auch für die Lufträume, in die wir jetzt gleich fliegen wollen, für die erste Runde. Das gleiche gibt es dann mittags nochmal für die Nachmittagsrunde. Dann werden uns nochmal die Notums geprüft. Das heißt, wir kriegen so einen Überblick, was an den anderen Flugplätzen los ist. Und generell im Luftraum, ob es irgendwelche Lufträume gibt, in die wir nicht reinfliegen können, weil da zum Beispiel Übungen abgehalten werden. Guten Morgen zusammen. Bei unserem Platz die rot gekennzeichneten Flächen mit Einschränkungen und nach Sicht sind nur Zett, nur Take-off, nur Landing, nur Approach, nur Alternate. Für den Umstieg von der Phantom auf den Eurofighter musste Manuel Wodak nochmal die Schulbank drücken. Wittmund hat 4 Kilometer Sicht mit Nebel und Roken 500. Ich bin fast fertig mit der Ausbildung. Wir fehlen jetzt noch zwei Flüge und zwei Simulatoren. Generell Eurofighter-Fliegen ist halt doch mehr Anforderungen, jetzt hier auf den Piloten zu kommen, weil ich fliege jetzt nicht nur das Flugzeug, sondern ich muss die ganzen Systeme selber managen, das Radar bearbeiten. Und da ist gerade der Flug heute super, einfach um die Radararbeit zu trainieren. Noch eine Stunde bis zum Start. Nächste Station ist der sogenannte Step. Der Einsatz hat uns gerade nochmal ein Update gegeben, wie das Wetter aussieht, was hier am Platz nochmal ist. Und wir haben ihm letztendlich unseren Plan gesagt, den wir jetzt vorhaben, damit er also Bescheid weiß, dass wir unseren Flugauftrag dementsprechend umsetzen werden, wie es vorgegeben ist. Geplant ist ein simuliertes Luftkampf-Szenario, an dem 4 Eurofighter in zwei Gruppen beteiligt sind. Wir werden jetzt hier gleich starten auf der Startbahn 07. Wir werden dann nördlich einmal über das Ruhrgebiet fliegen und letztendlich hier oben in unseren Luftraum rein. Das ist die Draht 202, geht bis 24.500 Fuß und oben drüber liegt nochmal die Draht 302, die geht letztendlich bis 66.000 Fuß. Und das wird der Luftraum sein, in dem wir dann gleich unseren Kampf abhalten, zwei gegen zwei. Im Cockpit der Phantom wirkten maximal 6,5 G. Jetzt geht die Belastung bis zu 9 G. Endlich hat sich von der G-Hose wenig verändert. Ist ein ähnliches System, nur dass sie jetzt ein bisschen geschlossener ist noch als die von der F4. Was jetzt halt anders ist, wir haben jetzt noch eine Weste dabei. Bei der F4 war es ja eine reine Schwimmweste mit dem Notfallequipment. Und die Weste jetzt, die bläst sich eben auch auf, wie eine G-Hose. Das heißt, die unterstützen nochmal, weil wir jetzt ja wesentlich mehr Gs haben, also bis 9 G, drückt die jetzt halt den Oberkörper auch noch zusammen. Und das hilft halt, die doch deutlich höheren G-Kräfte dann zu kompensieren. Im Hanggang ist der Eurofighter bereits startklar. Nach der Übernahme durch die Wartungscrew überzeugt sich Manuel Burdak vom ordnungsgemäßen Zustand seines Fluggeräts beim sogenannten Walkaround. Ja, ich habe jetzt letztendlich geguckt, dass die Sensoren am Flugzeug, der Flieger hat ja Fly-by-Wire, das heißt, der Computer steuert einen Großteil der Software, dass die Sensoren alle frei sind und beweglich sind, weil da bekommt das Flugzeug letztendlich die Daten von. Dann habe ich die Reifen einmal kontrolliert, die bremsen, dass das alles in Ordnung ist. Jetzt guckt man auch bei der Übungsrakete, dass die fest angebaut ist, in gutem Zustand ist, dass da unterwegs auch nichts passieren kann. Auch der Phantom flog Manuel Burdak noch mit einem Waffensystemoffizier auf dem hinteren Cockpit-Sitz. Jetzt ist der ganz auf sich allein gestellt. Das habe ich jetzt mit dem Flugzeug verbunden hinten. Das ist der Connector, wo quasi alles angeschlossen ist, die, wo die Wester, die Funk steht auch, wenn ich den Helm hier anschließe. Das schneide ich jetzt an. Das teure Heightech-Gerät, nebst hochqualifiziertem Piloten, muss absolut zuverlässig sein. Bei den letzten Checks wird noch einmal die Funktionsdüchtigkeit aller Systeme geprüft. Das Training hat seinen Preis. Eine Flugstunde im Eurofighter kostet gut 70.000 Euro. Das Flugmedizinische Institut der Luftwaffe in Königsbrück. Hier testen Luft- und Raumfahrtphysiologen angehende Kampfpiloten auf Herz und Nieren, bevor sie den fliegerischen Teil ihrer Ausbildung beginnen. Einer der Aspiranten ist der 25-jährige Jan Boruta. Ich denke, das ist einer der interessantesten Berufe, die ich mir vorstellen kann. Abwechslungsreich. Und zumal das ist auch ein Kindheitstraum. Früher hat man da gestanden und die Flugzeuge anguckt und wollte selber in so ein Cockpit fliegen. Und bis jetzt war es auch die richtige Entscheidung. In der Zentrifuge und in der Druckkammer muss Jan Boruta unter Beweis stellen, dass er den Belastungen der Kampffliegerei körperlich gewachsen ist. Vorher bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil man eben keine Erfahrungswerte hat. Einerseits in der Zentrifuge, was für Kräfte da auf den Körper einfach wirken. So Beschleunigungskräfte. Vor allem, wie reagiert der Körper. Und in der Höhenkammer ist man eben auch gespannt, wie man dann unter Sauerstoffmangel, was man für Erscheinungen hat, wie der Körper reagiert. Da ist man einfach interessiert und wir das jetzt einfach mal im eigenen Leib erfahren. So, Leutnant Boruta, alles klar soweit? Ja doch. Für die Zentrifugenfahrt gut vorbereitet. Seht ihr die Hose? Sitzt alles soweit gut? Passt alles? Ja. Reiß das Schlüsse zu? Okay, viel Glück. Dankeschön. Die in der Zentrifuge wirkenden Kräfte sind enorm. Je höher die Fliehkräfte, desto mehr Blut sackt in die Beine. Kommt zu wenig Blut im Kopf an, droht Bewusstlosigkeit. Mit Muskelanspannung und einer speziellen Atemtechnik muss Jan dagegen anarbeiten. Wir trainieren jetzt die Anti-G-Manöver, das heißt er muss sich bis 6G belasten halt, hat da selber die Kontrolle über die Zentrifuge, kann jetzt also fliegen, letztendlich wie ein Flugzeug und muss dann unter der Belastung so eine gewisse Atemtechnik machen, so eine Art Pressatmung, also dann tief einatmen, pressen und das alles wiederholen. Also am Anfang ist es schon sehr erschöpfend, man muss ja auch einen gewissen Rhythmus finden und klar, nach einer gewissen Zeit hat man es dann verinnerlicht, aber am Anfang ist es schon eine Belastung für die Jungs. So, Leutnant, Sie verstehen mich? Ja. Okay, ich verstehe Sie auch. Wir warten jetzt bis die Zentrifuge startbereit ist, das wird in wenigen Momenten der Fall sein. Und wie besprochen, sich erstmal warm machen, gucken ob alles funktioniert, ob die Hose funktioniert, wie die Tagesform so ist und dann mal auf die 6G gehen, in 10, 15 Sekunden mal alles einüben. Alles verstanden soweit? Ja. Schön die Muskel anspannen. Halten, halten, aus ein. 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 Okay, Technik ist gut. Wir haben ja die Pulskurve, wir haben hier das EKG und anhand dieser Informationen wissen wir natürlich schon, wie es dem Piloten in der Zentrifuge geht. Und wenn da eben irgendwelche Störungen sind, die Pulskurve wird flach oder das Herz schlägt nicht mehr regelmäßig, dann ist natürlich für uns auch klar, dass da eine Grenze der Belastbarkeit erreicht ist. Dann sollte man auch die Belastung dann beenden halten. Für Jan Boruta verläuft die Fahrt in der Zentrifuge ohne Komplikationen. Test bestanden. Hey, ist alles gut? Jetzt so kurz nach der Zentrifuge ist man doch sehr erschöpft, sehr anstrengend, macht aber auch Spaß, einfach hier durch die Halle zu fahren. Man muss natürlich immer gut dagegen halt mit der Muskelanspannung und der Pressatmung und das zehrt dann schon an den Kräften. Also man merkt das nach den ersten drei, viermalen, merkt man das doch extrem, fängt an zu schwitzen und macht aber auch einfach super Spaß. Beim Steuern eines Eurofighters wirken nochmal bis zu 3G mehr auf den Piloten. Dabei bewegen sich Mensch und Maschine in physikalisch-aerodynamischen Grenzbereichen. In Nörvenich haben Flugmediziner ein sogenanntes Human Performance Enhancement entwickelt. Ein Gesundheits- und Fitnessprogramm speziell für Eurofighter-Piloten. Dr. Roland Nüsse hat das Programm mit einem Team von Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten und Psychologen ausgearbeitet. Blick nach oben, gut. 6, ja komm schon. Und 7. Es ist heutzutage so, dass der Mensch zur limitierenden Größe geworden ist. Das Flugzeug kann viel mehr als der Pilot, der dort drin sitzt. Wenn es uns nun also gelingt, die menschlichen Leistungsgrenzen zu erweitern, das heißt die Potenziale eines Piloten auszuschöpfen, dann können wir dadurch natürlich auch das Potenzial des Waffensystems weiter ausschöpfen. Vor dem Training steht die Diagnostik. Anni, wie fühlst du dich? Gut. Gut, okay. Wir machen heute wieder die Kraftdiagnostik. Das heißt zwei Durchgänge und gib alles, ja. Das war ein Fortschritt der Ziele. Auf geht's, setzt sich. Besonderes Augenmerk legen die Mediziner auf den Nackenbereich und die Wirbelsäule, die während des Fluges extremen Belastungen ausgesetzt sind. Bei Diagnostik und Training kommen Geräte aus Leistungssport- und Rehabilitationstraining zum Einsatz. Jeder Pilot wird individuell betreut und trainiert, so wirklichkeitsnah wie möglich. Wir haben mit unserem Fluglehrer versucht, ein Profil zu entwickeln, was einem normalen Luftkampfgeschehen relativ nahe kommt. Und in einem solchen Setup, wie wir das nennen, haben wir Phasen mit relativ geringen Belastungen und Phasen mit relativ hohen Belastungen. Und hier kann man halt sehr gut sehen, wie die Belastungen im Rahmen eines solchen Luftkampfes ansteigen, dann auch wirklich mal auf Maximalwerte gehen. Dann kommen wieder Phasen, wo er sich orientiert und muss dann vielleicht nochmal nachziehen. Gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder ist er der Angreifer oder der Verteidiger. Und je nach gewählten Setup sieht das Profil immer ein bisschen anders aus. Wir haben dieses gewählt, es kommt dem Standardprofil relativ nah. Irgendwann haben wir dann nochmal eine Phase, wo dann die Belastung wieder zunimmt und dann kann es durchaus nochmal sein, dass er nochmal an die neuen G rankommt. Ziel des Trainings ist die Stabilisierung der Gesamtwirbelsäule in ihren einzelnen Segmenten. Erreicht wird das durch die Kräftigung der Muskelmanschette, die die Wirbelsäule umgibt. Dabei geht es auch um die gezielte Erkennung und Neutralisierung von Schwachstellen. Man merkt kontinuierlich eine Steigerung, je öfter man hier ist und an den Geräten und frei trainiert, man hält die hohe Belastung länger durch. Da ist schon eine Steigerung, eine Leistungssteigerung zu sehen. Manuel Wodak hat seine erste Mission des Tages abgeschlossen und ist zurück im Staffelgebäude des taktischen Luftwaffengeschwaders 31 Bölke. Am Computer kommentierte das während des Fluges entstandene Filmmaterial. Wir sind jetzt hier gerade in der Last Chance. Das ist quasi nochmal am Beginn der Startbahn. Und da kommen die Warte nochmal zu uns, machen nochmal den letzten Check. Nach der Last Chance rollen die beiden Eurofighter zum Start. Der Eurofighter hat so viel Leistung, selbst wenn die Triebwerke im Leerlauf sind, dass man eigentlich kontinuierlich bremsen muss, dass man nicht zu schnell wird. Wir sind jetzt gerade auf der Startbahn für einen Formationsstart. Ich habe jetzt gerade das erste Kopfnicken gegeben, das heißt für meine Nummer 1, dass ich soweit ready bin. Jetzt lassen wir beide gerade die Triebwerke rauflaufen. Ungefähr so auf 80% der Leistung checken das Ganze nochmal. Und jetzt der zweite Kopfnicker war das Zeichen, okay, mit meinen Triebwerken ist auch alles in Ordnung. Danach haben wir zeitgleich die Bremsen gelöst. Und was jetzt wichtig ist, ich konzentriere mich jetzt gerade nur auf die Nummer 1. Ich gucke zwar ab und zu rein, um die Geschwindigkeit zu überprüfen, aber ansonsten bin ich mit den Augen nur auf ihm und versuche dort den Abstand möglichst gleich zu halten. Jetzt gehe ich in die Close Formation Position, das heißt das Ganze. Das heißt, das ist enger Formationsflug. Und so bestreiten wir jetzt den Weg Richtung Area. Die Geschwindigkeit jetzt ungefähr sind 350 Knoten, das heißt so roundabout 680 Kilometer pro Stunde. Jetzt haben wir ungefähr einen Flügelspitzenabstand von noch zwei Meter. Wenn man letztendlich ins Wetter geht und das Wetter wirklich dicht ist, könnte man den sogar noch weiter verringern. Das ist jetzt aber momentan, da wir gutes Wetter haben, nicht vonnöten. Vier sich gegenseitig kontrollierende Computer ermöglichen die Steuerung des Jets, der unter aerodynamischen Gesichtspunkten eigentlich flugunfähig ist. Das Flugzeug generell ist so gebaut, dass es instabil ist vom Flugverhalten. Das heißt, ohne den Computer wäre das Flugzeug nicht flugfähig. Also würden uns wirklich alle Computer ausfallen, dann wird das Flugzeug wie ein Stein vom Himmel fallen. Und man kann das auch vorne sehen. Die Kanals, die kleinen Flügel vorne unterhalb des Cockpits, die sind sich eigentlich kontinuierlich am Bewegen und sorgen dafür, dass das Flugzeug stabil gehalten wird. Zurück in Nürnig. Aus dem Tower heraus koordinieren Fluglotsen alle Kampfjets auf den Rollwegen und in der Luft. Zwei Monate pro Jahr stellt Nürnig die für den nördlichen deutschen Luftraum zuständige Alarmrotte. Für die Fluglotsen bedeutet das 24 Stunden Schichtdienst. Das sind jetzt unsere ganz normalen Übungsflüge und wir werden gleich hinten aus dem Bereich der Alarmrotte auch zwei weitere Eurofighter sehen, die also dann für die Alarmrotte einen Übungsflug machen. Einmal täglich starten zwei Eurofighter zu einem simulierten Abfangflug. 15 Minuten nach Alarmierung müssen die Maschinen in der Luft sein. Die Alarmrotte, die kommt jetzt gerade aus ihrem Bereich heraus. Ich muss mal eben schauen. Die werden also jetzt für den Abflug fertig gemacht. Die haben also im Gegensatz zu den anderen Luftfahrzeugen ihre Last Chance direkt auf dem Weg zum Abflugpunkt. Und die werden jetzt über den Nordrollweg auf die Bahn gehen. Die haben natürlich Priorität und gehen dann sofort auf ihren Flug, um dann in circa eineinhalb Stunden wieder hier zu sein. Die Alarmrotten kommen bei Luftraumverletzungen und schwerwiegenden Zwischenfällen zum Einsatz. 40 bis 50 Mal pro Jahr wird die Alarmrotte alarmiert. Nicht selten, weil ein Flugzeug sich nicht über Funk meldet oder die geplante Flugroute ohne Ankündigung verlässt. Darüber hinaus unterstützen deutsche Eurofighter die NATO beim Air Policing im Baltikum. Manuel Wodak und seine Mitstreiter haben mittlerweile den für ihr Übungsszenario vorgesehenen Luftraum erreicht. Der Eurofighter-Pilot kommentiert seinen Einsatz. Das wird jetzt gerade aus dem Flugzeug rausgefilmt, aus einer sogenannten GT. Das ist ein German Trainer. Also der Eurofighter ist ja eigentlich ein einsitziges Flugzeug. Das ist jetzt ein Doppelsitzer. Den benutzen wir halt gerade am Anfang der Ausbildung. Und jetzt hier im Flugzeug sitzt der Zwock hinten drin. Das ist auch ein Pilot bei uns in der Staffel. Und der macht die tollen Aufnahmen. Bei Übungsflügen über Land fliegen die Eurofighter aus Gründen des Lärmsturzes in der Regel im Unterschallbereich. Dabei wäre es für sie ein leichtes, die Schallmauer zu durchbrechen und bis zu Mach 2,3 schnell zu fliegen. Der Eurofighter, der kann Supercruise fliegen. Das heißt, ich kann den Trockenschub einsetzen, um durch die Schallmauer zu gehen und dann auch über Schall zu bleiben letztendlich, ohne den Nachbrenner zu nutzen. Das heißt, 100% Trockenschub hole ich 100% der Leistung aus dem Triebwerk, ohne nochmal extra Treibstoff in die Düse hin einzuspritzen und dann quasi nochmal einen 50% Boost zu bekommen. Manuel Wodek im einsitzigen Eurofighter und Stefan Schumacher sowie Zwock Gehling im Zweisitzer sollen zwei simulierte Gegner außerhalb ihrer Sichtweite aufspüren und bekämpfen. Wir sind eine Zweierformation, sind in einer Art Warteschleife, um den rückwärtigen Raum zu bewachen. Das können irgendwelche strategisch wichtigen Ziele für den Gegner sein, Kraftwerke, Kommandobehörden. Und unser Auftrag ist jetzt letztendlich, diese Warteschleife zu besetzen und dann, wenn wir gesagt bekommen, dass irgendwelche Ziele auf uns zukommen, die eben von den militärischen Fluglotsen gesehen werden, uns dann quasi auf die zu stürzen. Nachdem der erste Auftrag ausgeführt ist, kämpfen die Eurofighter der Zweierformation nun simuliert gegeneinander. Wir haben jetzt ungefähr eine Annäherungsgeschwindigkeit von 2000 Stundenkilometern und haben beide wirklich die maximale Gehbelastung anliegen. Da sieht man auch, dass bei Zwock es jetzt relativ schwierig wird, die Kamera stabil zu halten. Das heißt, er ist jetzt echt am Arbeiten, weil jetzt natürlich auch auf ihn 9G wirken. Und jetzt befinden wir uns in einem Turning Fight. Das heißt, ich bin aus einer defensiven Situation gekommen und versuche diese jetzt möglichst defensiv bis neutral zu halten. Und Schumi als simulierter Gegner versucht jetzt quasi alles einzusetzen, um mich simuliert abzuschießen. Bei einer Abfangübung kommt es am 23. Juni 2014 zu einem schweren Unfall. Zwei Menschen sterben. Der ist abgestürzt. Der ist abgestürzt? Ja. Im Luftraum über dem Sauerland kollidieren ein ziviler Learjet und ein Eurofighter aus Nörvenich. Das war eine Übung, die wir regelmäßig durchführen, um die Verfahren einzustudieren, wie ich ein Flugzeug identifiziere, das zum Beispiel Hilfe im Luftraum braucht. Beteiligt daran waren zwei Eurofighter meines Verbandes und eine zivile Maschine der Firma GFD, Gesellschaft für Flugzieldarstellung, die mit Learjets für uns diese Zieldarstellung fliegen. Die Firma macht das seit Jahren auf vertraglicher Basis mit uns und wir üben das sehr regelmäßig mit denen. Wieder sorgt der Eurofighter für Schlagzeilen. Der Learjet trifft das Heck des Kampfjets und stürzt ab. Der Pilot des beschädigten Eurofighters muss in Nörvenich notlanden. Sie können sich vorstellen, dass sie sehr betroffen sind. Also das geht denen sehr an die Nieren. Sie sind auch direkt nach der Landung erstmal hier in ärztliche Behandlung gekommen, werden auch jetzt im Moment noch psychologisch betreut. Denn sowas geht einem immer schwer ins Herz, muss man einfach sagen. Sie sind zwar gefasst, aber immer noch geschockt. Ein Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen deutet darauf hin, dass eine zu eng geflogene Linkskurve des Learjets den Unfall verursacht haben könnte. Königsbrück, Flugmedizinisches Institut der Luftwaffe. Heute müssen die angehenden Kampfpiloten in die Unterdruckkammer. Letzte Vorbereitungen für den simulierten Flug bis auf knapp 8000 Meter Höhe. Geht das so oder ist das so straff? Nein, ist gut. Gut, machen wir einen kurzen Maskentest, um zu schauen, dass die Maske dort alles dicht ist. Mal tief Luft holen und die Luft anhalten. Genau, nochmal weiteratmen, das Gefühl gehabt, dass irgendwas rauskam oder was undicht war. Perfekt, dann kann es sich bitte wieder dran. Den Taschen so weit alles raus, Handy, Ohrkugel, Schreit, sonstiges an der Helme, Maske jetzt nichts mehr verändern. Auch nicht öffnen, reingehen nach links, da wartet jemand bis gleich. Die Probanden sollen lernen, wie sie Gefahren, die während des Fluges auftreten, erkennen können. Neben der Zentrifuge müssen alle Probanden auch in der Höhe ausgesetzt werden. Das ist ganz wichtig, denn dieser Test zeigt erst, ob sie in der Lage sind, auch Sauerstoffmangel zu erkennen und den auch richtig zu verarbeiten. Das ist also nicht nur ein Test, den Sauerstoffmangel zu erkennen, das ist auch ein medizinischer Test. Und wir beobachten natürlich die Probanden die ganze Zeit. Die Auswahl ist gnadenlos. Von 100 Bewerbern schafft nur einer den Weg ins Cockpit. Während der Höhenfahrt werden die jungen Männer psychologischen Tests unterzogen und von Luft- und Raumfahrtphysiologen medizinisch überwacht. Auf den Monitoren rechts ist sehr gut zu sehen, dass sie die ganzen Körperdaten der Patienten, und nicht Patienten, in dem Fall Probanden, sie haben dort die Herztätigkeit, sie haben die Atemtätigkeit und ebenfalls die Sauerstoffsättigung, die sie dort sehen können. Und im Prinzip lassen sich diese Werte sehr gut analysieren für uns draußen. Und es ist sozusagen das Sicherheitsnetz, was wir haben für den gesamten Zeitraum der Kammerfahrt, um halt Probleme zu erkennen, rechtzeitig zu erkennen, noch bevor es eigentlich die Probanden erkennen können. Ein erster Probeaufstieg auf 8000 Fuß, das entspricht etwa 2400 Metern, verläuft erfolgreich. Wir sehen 21 Grad, 42 Prozent Luftfeuchtigkeit, das wird im Wesentlichen so gehalten. Und gleich geht's los. Aufstieg bitte. Bei der nächsten Übung auf knapp 8000 Meter Höhe wird es unangenehm. Mit 25.000 Fuß trenne ich die ersten vom Sauerstoff immer paarweise und dann warten wir hier, was passiert. Und die Probanden müssen selbstständig erkennen, welche Symptome sie haben und dann auch in der Lage sein zu handeln. Das Wichtigste ist, wenn ich ein Symptom erkenne und ich erkenne das wieder, das ist wirklich eindeutig, dann muss ich natürlich handeln und muss mich dem Sauerstoff wieder zuschalten, selbstständig. Wir sind in 25.000 Fuß, nochmal schnell mal salber machen, dass wir wirklich den Drucker das gleich hergestellt haben. Jetzt dürfen sie nochmal schnell. Und ich werde jetzt die ersten beiden gleich trennen. Ich trenne Platze 1 und 2 jetzt. Kopfschmerzen, Schwindel, eine veränderte Farbwahrnehmung und Wärmegefühle sind Symptome, die bei Sauerstoffmangel auftreten. So, wir setzen den Punkt mit Platz Nummer 3 und 4. Nee, also, merkst du, kommst du ein bisschen pläsiere vielleicht. Ich bin ein bisschen warm. Die Symptome waren einfach gut. Beim Abstieg kommt es zu Komplikationen. Die Luft- und Raumfahrtphysiologen brechen den Test vorzeitig ab. Wir hatten einen Zwischenfall jetzt. Einem Kameraden ist nicht ganz so wohl gewesen. Wir brechen an den Stellen immer ab. Die Gesundheit geht vor, der Kamerad wird untersucht. Und die anderen Kameraden haben jetzt die Kamerung verlassen. Die haben den Test erfolgreich absolviert. Wir bereiten jetzt den nächsten Test vor, die rapide Dekompression für das verbliebene Personal. Und setzen an der Stelle ganz normal weiter fort. Der Kamerad, dem es nicht so gut geht, der wird medizinisch betreut. Jan Boruta hat die Belastungsprobe bestanden. Und ist erleichtert. Konkret war das jetzt, dass man das Farbsehen so ein bisschen verliert. Dass die Farben nicht mehr so stark sind, wie sie sonst sind. Dass der Herzschlag schneller wurde. Das hat man auch gemerkt. Und dass einfach von innen heraus so eine Wärme entstanden ist im Körper. Die sich dann so in den ganzen Körper, in die Gliedmaßen getragen hat. Auch ausgebildete Eurofighter-Piloten müssen sich regelmäßig medizinischen Tests unterziehen. In Nürvenich steht ein Belastungs-EKG mit Laktatmessung auf dem Programm. Bei der Laktatmessung versuchen wir die sogenannte anaerobische Schwelle zu ermitteln. Das ist in etwa der Bereich, wo die Sauerstoffaufnahme für eine kontinuierliche Ausdauerleistung im Grunde nicht mehr ausreicht. Obwohl der Pilot eine hohe Herzfrequenz hat, eine hohe Atemfrequenz hat, bekommt er ab einem bestimmten Leistungsniveau nicht mehr ausreichend Sauerstoff, um kontinuierlich diese Leistung vollziehen zu können. Das heißt also praktisch, dass je fitter ein Pilot ist, desto später kommt er an diese Schwelle heran. Die im Eurofighter auftretenden Kräfte von bis zu 9G fordern das Herz-Kreislauf-System der Piloten aufs Äußerste. Früher in der Jetfliegerei hat man sogenannte Anti-G-Manöver gemacht. Das sah dann im Grunde so aus. So haben sie es geschafft, möglichst viel Blut oben zu halten. Und das hat ihnen eben eine gewisse Reserve gegeben, eben nicht bewusstlos zu werden. Dazu haben die natürlich früher auch schon ein Equipment gehabt, was die Piloten unterstützt hat, eben um diese G-Kräfte auszuhalten. Das gibt es heute in der Eurofighter-Fliegerei natürlich auch. Aber auch die Ausrüstung hat sich natürlich sehr viel weiterentwickelt. Was heute dazugekommen ist, ist eine sogenannte positive Druckbeatmung. Das heißt, ab einer gewissen Höhe und ab einer gewissen Schwelle von G-Kräften bekommt der Pilot zusätzlich Luft über eine Maske. Und dieser hohe Druck führt dazu, dass mehr Blut im Grunde zur Verfügung steht, was das Herz wieder oben Richtung Kopf transportieren kann. Für den Eurofighter-Piloten Mario von Kanal ist der medizinische Check Routine. Mit seinen Resultaten ist der Fliegerarzt zufrieden. Wir betrachten jetzt gerade noch, wie sich die Frequenz rückbildet. Das ist für uns immer ein Hinweis auf seinen Trainingszustand, den er gerade hat. Wir beurteilen auch, wie viel Watt pro Körpergewicht ist er denn gerade in der Lage zu treten. Und da wird er so etwa bei so drei Watt pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Und das ist ein guter Wert. Wenn die so unter zwei liegen, 2,2 oder sowas, dann geht man gemeinhin davon aus, dass die sicher in so einem Cockpit, in so einem Eurofighter-Cockpit nichts verloren haben. Auch im Hightech-Chat gilt das alte Bundeswehr-Motto, ohne MAMF kein Kampf. Dr. Christina Norter berät die Piloten des Geschwaders in Ernährungsfragen. Wir haben im Rahmen der Gesundheitsfürsorge ein Ernährungskonzept entwickelt, was nicht nur den allgemeingültigen Empfehlungen entspricht, sondern auch flugdienstoptimiert ist. Da ist zum Beispiel wichtig, welche Mission hat der Pilot vor sich. Geht es um eine lange Strecke? Muss er sich lange konzentrieren, aber ein gleiches Energieniveau halten? Oder hat er zum Beispiel einen Luftkampf vor sich, wo er halt quasi eine maximale Energie innerhalb von kürzester Zeit bereit haben muss? Und da muss man sich natürlich dementsprechend auch vorher ernähren und die Ernährung anpassen. Was darf ein Pilot wann essen? Und wie viel davon? Eine Lebensmittelampel soll bei der Optimierung der Ernährung helfen. Nicht nur das Material, auch der Mensch muss optimal gepflegt werden. Ein Eurofighter sagt aus, dass die chemische Last des Lebensmittels sehr niedrig ist. Das bedeutet, dass er davon reichlich verzehren kann und dass sein Blutzucker dadurch relativ wenig ansteigt. Bei zweien ist es schon so, dass der Blutzucker etwas höher ansteigt. Und bei drei Eurofightern ist es so, dass der Blutzucker enorm ansteigt. Warum soll der Blutzucker nicht enorm ansteigen? Das Energieniveau wird instabil. Ich habe also eine Reaktion, dass ich sehr, sehr viel Energie habe, die aber auch ganz schnell wieder abflacht. Somit kann es passieren, dass er zwar, ich sage jetzt mal für zehn Minuten, vielleicht auch für eine Stunde ein sehr gutes Sättigungsgefühl hat, aber danach in so eine richtige Art Unterzucker rutscht. Und das wollen wir natürlich im Cockpit komplett vermeiden. Spätschicht bei der Wartungsstaffel des taktischen Luftwaffengeschwaders 31 Bölke. In der Lärmschutzhalle führen Spezialisten einen sogenannten Bremslauf durch. Ein Testlauf, bei dem ein zuvor repariertes Triebwerk unter Volllast überprüft wird. Zunächst muss das Flugzeug mithilfe eines Fanghakens am Boden fixiert werden. Hier werden wir jetzt die Fesslungen dran machen, damit wir nicht die ganze Zeit die Bremsen belasten bei diesem Funktionslauf. Weil sobald wir in den Nachbrenner sind, haben wir auch die 90 Kilo Newton Schub. Und ja, das Luftfahrzeug möchte auf jeden Fall nach vorne. Und deswegen fesseln wir das Luftfahrzeug. Eine Schubkraft von zweimal 90 Kilo Newton entspricht in großer Höhe, etwa in der Leistung von 156.000 PS. So, jetzt werden wir eine Lufteinlaufkontrolle machen. Wir müssen ja gucken, dass keine Fremdkörper sich im Airintake befinden. Und wir haben überall scharfkantige Reißverschlüsse dran. Ziehe ich nochmal einen extra Anzug an, um da drin keine Beschädigung zu machen. Und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Einmal bergig nach oben hier runter. Ich bin jetzt am Verdichter, an der ersten Stufe des Niederdruckverdichters. Und schaue mir jede einzelne Schaufel an, ob irgendeine Beschädigung festzustellen ist. Kein Öl? Kein Öl, keine Beschädigung. So, linke Triebkörper ist in Ordnung. Jetzt gucke ich mir das Rechte noch an. Gut zehn Minuten später gibt Andreas Grimmenstein das Go. So ja, keine Beschädigung festgestellt. Diese Einlaufkontrolle machen wir einmal jetzt. Und machen wir auch dann nach dem Lauf nochmal. Wir installieren jetzt den Schutzkorb für den R-Intake. Es gibt keine Steine, keine Dreck-Ansaugung. Und wenn er angesaugt wird von den Triebwerken, bleibt er hier vorne hängen. Nachher beim Ausmachen fallen die Sachen runter. Und die Verdichter werden nicht beschädigt. In Königsbrück müssen die angehenden Kampfpiloten noch einen weiteren Test in der Unterdruckkammer bestehen. Es wird eine sogenannte rapide Dekonversion auftreten. Ein plötzlicher Druckverlust, der sich für Sie äußert, indem es einen Knall gibt, die Luft kondensiert. Und was Sie zu machen haben ist, nicht die Luft anhalten, einfach ausatmen, die Notfallprozedur durchführen, dann die Höhe abchecken und dann können Sie auch den roten Schalter wieder auf die Normalstellung bewegen, wenn Sie 120.000 Fuß sind. Das wollen wir sehen. Auch bei dieser Übung beobachten die Luft- und Raumfahrtphysiologen die Vitalparameter der Probanden. Es kommt zu diesem Druckverlust, der die verschiedenen Ursachen haben kann. Wir simulieren das halt für Jagdflieger etwas schneller. Da gibt es verschiedene Geschwindigkeiten. Und dort kann es passieren, dass mal das Kabin nachweg fliegt oder das Flugzeug getroffen wird, je nachdem. Darauf müssen die Piloten vorbereitet sein. Und um das mal zu erfahren, wie sich das anfühlt, muss jeder einmal im Leben, der sowas macht, einmal diesen rapide Druck durchführen und erlebt haben. Und wenn das dann der Fall ist, dann ist das auch gut so. Dann hat das jeder schon mal gemerkt und ist schon mal auf die schlimmsten Zwischenfälle vorbereitet. Für die Männer kommt der Druckabfall völlig unerwartet. Die Mannschaft im Kontrollraum wird vorgewahrt. Sehr gute Reaktion. Höhe checken. Platz 11. Höhe auf Semper. Jetzt wird es auszu. Nochmal bitte. 17.500. Und das heißt? Wir können jetzt eigentlich wieder runterstellen auf normal. Wenn Sie tatsächlich in einem Jet das Kabinedach verlieren würden in der Höhe, wäre es sehr, sehr unangenehm. Sie sind nicht nur der Kälte ausgesetzt und den niedrigen Temperaturen, da kommt noch der Chillfaktor dazu, sondern auch dem Staudruck und auch dem Gefühl, aus dem Flugzeug herausgesaugt zu werden. Sie dürfen die Hände nicht hochnehmen, nicht den Luftstrom bewegen, nichts versuchen einzufangen, weil sonst Ihre Arme unter Umständen dann nicht mehr an Ihrem Körper verbleiben. In knapp drei Monaten beginnt der fliegerische Teil von Jan Borutas Ausbildung. Den letzten Test in der Unterdruckkammer hat er bestanden. Es war unerwartet, dass in der Druckkammer einfach dieser Unterschied kommt. Und wenn er dann kommt, dann wird einem einfach die Luft aus der Lunge gesogen. Man sieht das auch draußen, dass dann die Feuchtigkeit der Luft kondensiert. Das war dieser Nebel, der dann in dieser Kammer entsteht. Und ansonsten merkt man jetzt nicht so viel. Man merkt dann kurz, dass mal druckbeatmet wird. Und dann ist aber auch schon wieder alles gut. Man merkt, dass es kälter wird. Das sind so die Sachen, die man da feststellen kann. In Nörvenich wird nicht der Mensch, sondern die Maschine getestet. Michael Sonntag sitzt im Cockpit des Eurofighters und steuert die Triebwerke. Dafür benötigt er eine besondere Zulassung, den sogenannten Bremsschein. Die Kräfte, die hier drin wirken, das ist natürlich erstmal in dem Hilfstriebwerkbetrieb eine sehr hohe thermische Belastung hier drin, weil der Abgasstrahl da hinten direkt in die Halle reingeht. Und ansonsten, es wirken sehr starke Vibrationen und es ist ein sehr hoher Luftdurchsatz hier drin. Also es ist doch recht zugig hier. Gribi, kannst du Strom drauf geben? Was machst du denn on? Ja. Während des Testlaufs sind die beiden Techniker per Funk miteinander verbunden. Falls irgendwas Kritisches passiert, werde ich Ihnen oben über den Sprechfunksatz dann Bescheid geben, dass er die Triebwerke ausmacht. Und des Weiteren, wenn gleich die APU läuft, ist es, dass die ganzen Abgase hier in die Halle gepresst werden. Und deswegen haben wir auch noch die Tore auf. Sobald nachher die beiden Triebwerke laufen, wird Luft von außen hier reingesaugt und ich kann die beiden Tore dann schließen. Vor dem Start der Triebwerke wird das Bugfahrwerk des Eurofighters abgesenkt. Der leicht nach unten geneigte Triebwerksstrahl des Flugzeugs wird so genau horizontal in den Auslass der Halle gesteuert. Michael Sonntag überwacht alle Parameter. Meine Aufgabe im Cockpit ist es, um einen die Leistungshebel zu bedienen, damit wir auch die verschiedenen Lastzustände durchfahren können. Und alle Anzeigen im Auge zu behalten, dass das Triebwerk sich in den korrekten Rehzahlen, Temperaturbereichen bewegt. Und im Falle eines Notfalls dann auch entsprechend abschalten zu können. Die Geräuschkulisse in der Halle ist infernalisch. Michael Sonntag zündet den Nachbrenner, den die Piloten sonst nur beim Start und im Luftkampf benutzen. Nach gut zehn Minuten ist der Testlauf beendet. Die Triebwerksspezialisten sind zufrieden. Ja, wir haben das Flugzeug jetzt bis in den Nachbrenner laufen lassen. Es hat auch alles wunderbar funktioniert, alles wie geplant. Und damit ist das Flugzeug jetzt wieder einsatzklar. Knapp 70 Minuten nach dem Start in Nürvenich kehren Manuel Burdak und seine Kameraden von ihrer Übungsmission zurück. Noch ein weiterer Flug und zwei Einheiten im Simulator. Dann hat Manuel Burdak seine Umschulung zum Eurofighter-Piloten abgeschlossen. Ja, ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Wetter war im Luftraum besser als hier. Das heißt, wir konnten eigentlich ganz gut arbeiten. Jetzt gucken wir uns gleich im Debriefing an, ob das dann auch auf dem Tapes alles so aussieht, wie ich es gedacht habe. Manuel Burdak wird den Eurofighter bis zum Ende seiner fliegerischen Laufbahn bei der Luftwaffe steuern.